hallo leute heute let's playen wir nicht weiter mit phoenix wright auch nicht super mario prost 3 agario diesmal denn das habe ich nämlich noch nicht gezeigt jeder kennt es zwar und wartet mal kurz ich habe vergessen den wlan natürlich einzuschalten dann wollen wir mal losgehen jeder kennt zwar ich habe das auch schon mal auf dem pc gespielt weil ich jetzt eh noch nicht das richtige equipment habe dazu dann ok machen wir einfach weiter jedenfalls wollte ich eigentlich jetzt nur dazu sagen dass ich jetzt eh noch nicht das richtige equipment jetzt dazu habe ich mir dabei gedacht jeder kennt agario jeder hat schon mal gespielt glaube ich jetzt zumindest aber ich denke schon einfaches prinzip man ist hier so ein sag ich jetzt mal im kreis weil besser kann ich jetzt nicht so richtig beschreiben erklären kann ich jetzt auch nicht so richtig aber ich weiß jetzt trotzdem mal leichtes prinzip man fängt als kleiner kreis an ist egal was immer immer auf eine farbe ist aber ein zufall und man muss die kleineren welchen quasi einsammeln essen um halt größer zu werden hier ist es so bei der version sag ich es mal ist es ein kleines bisschen anders und zwar muss man sich durch berühren des händys also diesen touch bereich halt kann das schlecht erklären ich bin nicht so gut immer klären ich versuche es einfach mal kann man sich bewegen und wenn man und wenn man groß genug ist kamera kleinere quasi also sind halt noch andere leute nein ich will jetzt das jetzt nicht raten ach nix raten wenn ich nix nix bewerten na was soll das na wenn man halt was genug ist kamera kleinere wo kommt der her die wegwerbung man mann was soll das mal das ist voll und wer jeden jedenfalls ich hab keinen bock mich langsam zu wiederholen machen jedenfalls wenn es ein kreis man muss die kleinen bällchen einsammeln um groß zu werden man kann auch gegner die halt noch sind oder so wenn man groß genug ist kann man die halt auch essen ja und dann kann man sich halt noch teilen aber es aber das geht erst wenn man eine bestimmte größe hat oder so der wollte mich gerade wie essen aber es mir auch egal wieso wollen mich alle überhaupt essen was hab ich euch getan ich bin offline so ausgerastet und so das ist offline man braucht internet dazu ach was ich eigentlich sogar noch schon am anfang sagen wollte na das wird jetzt zwar kein richtiges let's play aber es werden mal parts kommen sagen wir es mal so es ist kein let's test auch kein let's play ich nenne das format einfach alisa 4 spielt agario das quasi die erste part und da haben wir ja schon ein verschluckt genau beziehungsweise da haben wir gerade eingegessen wir können jetzt uns glaube ich jetzt auch teilen es geht quasi so also über die pc version muss man glaube nur die leertaste drücken und hier geht es einfach so durch dieses symbol wohl zwei kreis sind und so ein strich machen wir mal kurz hier damit man das mal kurz zeigen kann dann haben wir jetzt quasi also beziehungsweise wir haben wir haben uns jetzt geteilt sind jetzt haben jetzt zwei kreise damit können wir uns jetzt mal schneller bewegen und der wollte mich aufessen ich bin vielleicht jetzt sogar auch gleich tot ich denke schon das sieht zumindest aus oder verfolge ich immer noch ich versuche es lieber nicht den aber wenigstens aufgefressen können wir den aufressen jo das haben wir gemacht dann gibt es hier noch oben ne warte mal dann gibt es hier noch unten was das aussieht wie so ein ziel symbol da denkst du abums da wenn man da drauf tippen kann man irgendwelche dinger also von uns irgendwelche äh was sagen wir dazu ähm kleinere bällchen wegschießen wozu das bringt weiß ich selbst nicht keine ahnung dem anderen irgendwie helfen größer zu werden damit wir damit wir die chance haben irgendwie ihn zu essen oder so ich weiß nicht ja wir wurden geschnappt äh hier ist jetzt auch glaube ich dann auch schluss oder so keine ahnung der will uns aber essen oder so wenn er uns aussieht irgend so ein nein wenn ich das jetzt sagt gehört sich das jetzt an wie so eine beleidigung ich hab nix gegen ja aber der will uns essen bestimmt mhm 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 und ah fail aber ich bin immer noch kleiner als er äh ich hab ein bisschen schiss ich glaub ich teile mich lieber ähm ok ähm bewegen also kann man halt selbst sehen wie ich es halt erklärt hab man kann das aber hier halt so immer ab und zu sehen wie ich mich immer bewege ähm mit diesen weißen Punkte da die ich bei Mario Kart Circuit benutzt habe ich glaub ich werd gefressen ich bin voll in die Enge getrieben nein geh weg kannst du dich ruhig essen aber ich will noch bleiben ich will noch im Leben bleiben wieso haben überhaupt alle irgendwas gegen mich man hat hier überhaupt keine Chance irgendwie mal groß zu werden ich hab das Gefühl so dass man egal ob das ähm nehm noch ne andere Sache man hat immer das Gefühl irgendwie verarscht zu werden man spawnt und dann stirbt man ey das ist ey das ist manchmal so assi ey das ist so krank was hier manchmal abgeht du kannst das so groß zu werden du wirst von irgendwelchen fetten wirst du hier gefressen ey und das regt mich so immer wieder auf das ist so nervig ey ne aber naja jedenfalls oben links kann man auch übrigens den score sehen wie man wie viele Punkte man hat kann man ähm gleichzeitig kann man halt auch sehen ähm naja wie wie man halt mit Punkte und so das ist halt schon klar man kann aber auch so gleichzeitig sehen ähm wie man grad groß ist man kann zwar vom Kreis her oder Ball aber als so eine Art 2d form aussieht sag ich einfach mal Kreis dazu ähm man kann zwar sehen wie der Kreis immer größer wird aber dank dem score weiß man genau wie viel man grad verschluckt hat wow und ich werde es diesmal in meinen maaaann nein egal nochmal weiter jedenfalls ja wenn mein Bearbeitungsprogramm nicht rumstreikt weil es irgendwie seit neuestem irgendwie so ein Problem oder so wenn das anzeigt dauert noch keine ahnung 10-15 minuten und dann wenn es nur noch so zwischen 10 Sekunden ist keine ahnung macht es nicht weiter und dann ist es auch nicht fertig deswegen konnte ich jetzt nur noch letzte Zeit jetzt nur durch Mopitzen aufnehmen also ist nichts bearbeitet aber zum Glück ist es wenigstens so damit die Videos nicht so lang werden kann ich das ich bin auch so doof ich raste noch extra weiter wenn ich mich essen kann man richtiger Noob naja jedenfalls wow das wäre jetzt wieder schon fast ein Fail oh mein Gott oh mein Gott hier geht es wieder ab in Agario und ich bin zu dämlich dazu wieso hä man was geht denn ab ich wollte glaube ich noch irgendwas sagen aber ich habe es gerade übelst vergessen kriegen wir dich high nee nee wir kriegen dich nicht nee glaube ich nicht nee das irgendwann nee nee geh weg geh weg lass mich in Ruhe der will ich essen glaube ich zumindest weil der ist irgendwie voll in meiner Nähe oder keine Ahnung ach ja ich hatte ja noch übrigens noch was gesagt zu dem oh nee irgendwas mit Team ich will nicht in deinem Team sein nein geh hier ja weg 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 naja jedenfalls ich wollte glaube ich noch irgendwas zu dem Lebot sagen das ist hier oben da kann man sehen auf was man sich gerade auf einem Platz begeben hat sag jetzt mal sind momentan so zwischen Platz 70 68 69 das spankt immer so dazwischen und so in einmal keine Ahnung da bin ich habe ich übelst gefeiert oder so Keine Ahnung aber das war aber auf der pc-version so kurz aber mal privat das sage ich mal so ab und zu mal war ich für wie viel war es das war nicht so lange so 2-3 Sekunden aber ich habe langsam wenigstens das prinzip her und ich habe mir sogar extra in youtube-video angeklotzt wie man schneller groß wird 1-2 mal geholfen aber danach war es nur noch die seuche also damit wollte ich jetzt eigentlich jetzt nur sagen oder so dass es komplett verarsche ist man kann es aber versuchen groß zu werden aber es gibt hier leute die ich hier nur essen wollen ich esse zwar auch hier die andere leute hier wie jetzt zum beispiel aber ich versuche eigentlich jetzt nur an diesen kleinen punkte welchen was weiß ich da nur so groß zu werden aber ansonsten wo habe ich mich doch gerettet ich weiß ich wäre sonst tot äh ey Sinclair der heißen mach egal ähm ja ey ey uh cool haben wir glück ne wir haben kein glück scheiße ja ok wir sind wir da klein wenigstens nicht zu klein ok aber noch wie gesagt der score bleibt dann aber auch stehen wenn man nicht genug groß ist zum beispiel 160 müssen wir jetzt wieder groß werden damit der score jetzt wieder ähm gehen gezockt aber es war so klar irgendwie wie lange haben wir haben wir haben wir haben wir haben ja schon ein bisschen lange ähm dann würde ich sagen sehen wir uns bei einem nächsten video wieder bis nächstes mal euer alice42301 machts gut horn rein ciao